Der Aufschlag ist einer der wichtigsten Schläge, wenn nicht der wichtigste Schlag im Tennis. Es ist der einzige Schlag, mit dem ihr, ohne dass der Gegner einen Ball spielen muss, direkt punkten kann. Es ist allerdings auch ein Schlag, mit dem ihr sofort einen Punkt abgeben könnt. Und darum soll es in meiner neuen Videoserie gehen, drei Teile, drei wichtige Punkte beim Aufschlag, die ich immer wieder bei mir im Training sehe, auf die möchte ich eingehen, nämlich einmal der Ballwurf, einmal die Griffhaltung und einmal, wie ihr mehr Power in euren Aufschlag reinbringen könnt. Das alles gibt es in dieser Videoserie, hier kommt Teil 1 der Ballwurf. Viel Spaß! Ein guter Ballwurf ist die Grundvoraussetzung für einen guten Aufschlag. Ich sehe in meinem Tennis-Training immer wieder Schüler, die Probleme haben mit dem Ballwurf. Und vielleicht habt ihr als Spieler auch Probleme mit dem Ballwurf. Viele sind auch schon so talentiert, die kriegen das sofort hin, sich den Ball an eine Stelle zu werfen, beziehungsweise an die gewünschte Position zu werfen. Und manche Spieler, die brauchen wirklich teilweise drei bis vier bis fünf Anläufe, bis sie den Ball einigermaßen so geworfen haben, wie sie es wollen. Jetzt schauen wir uns erstmal grundsätzlich an, wie ihr für einen Aufschlag den Ball werfen solltet. Kommen wir erstmal zur Ballwurfhöhe. Ich sehe immer wieder im Training und natürlich, vielleicht habt ihr das Problem als Spieler auch, dass die Bälle zu niedrig geworfen werden. Was ist jetzt das Problem, wenn ich den Ball nicht hoch genug werfe? Wenn ich jetzt den Ball nicht höre als mein perfekter Treffpunkt, und der perfekte Treffpunkt ist eigentlich immer in der Vollstreckung, wenn ich den also niedriger werfe, dann werde ich, wenn ich den Ball schlagen möchte, meinen Körper anpassen müssen. Ich möchte ja den Ball noch treffen und dann werde ich als Spieler hier nicht mehr in die Streckung gehen, sondern werde relativ stark zusammenklappen. Das ist natürlich alles andere als optimal, um letztendlich einen Aufschlag mit perfektem Tempo, mit einem guten Spin, mit einem guten Schnitt zu spielen zu können. Also muss ich darauf achten, dass ich zwingend den Ball hoch genug werfe. Was ist also eine gute Ballwurfhöhe? Ich zeige es jetzt nochmal. Also wir haben gesagt, dass wir den Ball in der optimalen Streckung treffen wollen. Und wenn wir uns später über einen fortgeschrittenen Aufschlag unterhalten, dann ist es sicherlich auch empfehlenswert, dass ich mich aus den Beinen heraus stark nach oben katapultiere und letztendlich auch an den Ball springe. Das heißt, ich den Ball sogar noch etwas weiter oben treffe, als ich jetzt hier ausgestreckt bin. So und jetzt schauen wir uns mal an, das ist mein perfekter Treffpunkt, also meine Vollstreckung. Und jetzt sollte ich sehen, dass ich den Ball mindestens nochmal so einen halben Meter höher werfe, als ich in der Vollstreckung eben mit ausgestreckten Armen bin. Das ist schon mal eine gute Übung, auch für den Ballwurf. Ich kriege gleich noch mehrere Übungen, aber für die Ballwurfhöhe ist das eine gute Übung, dass ihr euch einfach mal mit dem rechten Arm ausstreckt und dann den Ball mal hoch werft und einfach mal schaut, dass ihr so einen halben Meter nochmal über eurem ausgestreckten Arm mit Schläger sein könnt. Also die Höhe haben wir. Jetzt schauen wir uns an, in welche Richtung soll ich denn eigentlich werfen? Denn auch die Richtung ist sehr entscheidend, wie ich später den Aufschlag spielen kann. Also, sollte ich mir vielleicht sehr weit nach rechts werfen oder sollte ich mir sehr weit nach links werfen oder sollte ich mir nach vorne werfen? Grundsätzlich zum Lernen sage ich jetzt immer, stellt es euch vor wie ein Ziffernblatt einer Uhr. Das heißt, ihr habt hier 12 Uhr, hier habt ihr 3 Uhr und hier habt ihr 9 Uhr. So, und wenn ich jetzt einfach mal von einem ganz normalen Standardaufschlag gerade durch die Mitte oder eben halt auch vielleicht mit ein bisschen Schnitz spreche, dann sage ich immer den Leuten, versucht den Ball auf 12 Uhr, zwischen 12 und 1 Uhr zu werfen. Ja, also warum zwischen 12 und 1 Uhr? Weil natürlich hier auf der rechten Seite eben halt auch mein Schläger ist und ich damit natürlich relativ wenig in eine Disbalance komme. Wenn ihr, ja, den Ball zu weit nach links werft, dann werdet ihr hier auch wieder in eine Disbalance kommen. Oder wenn ihr zu weit nach rechts werft, müsst ihr anfangen eben hier, wenn ihr euch mit dem linken Bein vorne steht, werdet ihr hier nach rechts fallen. Deswegen ist die Richtung sehr, sehr entscheidend. Also zwischen 12 und 1 Uhr und dann sage ich immer, okay, wir versuchen hier den Ball auf der rechten Seite zu lassen. Das ist eigentlich zum Lernen erstmal die perfekte Richtung. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, was gibt es denn zu beachten, damit ich es möglichst oft schaffe, den Ball hoch genug zu werfen und eben an die richtige Position. Also, ich sehe es immer wieder häufig im Training, dass die Schüler den Unterarm mit einsetzen, um den Ball hochzuwerfen. Ja, also, dass sie versuchen, ja, den Ball so hochzuwerfen oder eben über die Hand rollen lassen und eben zum Beispiel auch sehr, sehr frontal sich den Ball hochwerfen. Bei Punkt 1 solltet ihr darauf achten, dass, wenn ich ja mit dem Aufschlagbewegung anfange, ich ja eine Oberkörperverwringung, eine Oberkörperrotation nach rechts brauche. Und automatisch sollte es dann so sein, dass ihr den Ballwurf parallel zur Grundlinie habt. Also, wenn ihr jetzt nicht so stark rotiert, dann werdet ihr sehr wahrscheinlich Folgendes machen. Ihr werdet den Ball hier hochwerfen. Und das ist jetzt erstmal relativ schwierig. Also muss ich schauen, dass, wenn ich jetzt wirklich hier zurückgehe, ich schön in die Oberkörperdrehung komme, den Arm lasse ich jetzt hier stehen. Und dann, später wird der Ball hier parallel zur Grundlinie hochgeworfen. Das ist erstmal das Erste, was ihr beachten solltet. Dann ist es wichtig, wie halte ich den Ball überhaupt in der Hand. Packe ich jetzt hier feste zu mit meinen Händen, ja, kralle ich den Ball richtig oder bleibt er einfach locker liegen? Also, er bleibt am besten hier vorne in der Fingerkuhle, in dieser Mulde, bleibt der Ball am besten liegen. Und dann macht ihr folgendes, ihr fixiert am besten den Ball mit dem Daumen. Wichtig, nicht zu fest greifen, schön locker mit Daumen fixieren. Wenn ich das soweit habe, dann solltet ihr nach Möglichkeit darauf achten, dass der Ball, wenn ihr ihn hochwerft, nicht über eure Fingerkuppen läuft. Ja, also, dass ihr den Ball quasi eine Rotation mitgibt. Ja, ich versuche das jetzt hier mal langsam zu zeigen. Der beste Ballwurf ist eigentlich ein Ballwurf, der sich möglichst wenig in der Luft dreht. Das heißt, wenn ich mich jetzt hier hinstelle und mit ganz viel Einsatz hier den Ball drüber laufen lasse, dann rotiert der Ball extrem in der Luft. Und dadurch bekomme ich natürlich nicht häufig den gleichen Ballwurf hin, weil ich eine andere Ausgangsposition habe. Deswegen schauen, dass ihr möglichst den Ball fixiert. Und jetzt kommt der Trick, jetzt kommt im Prinzip der Tipp, den ich euch geben möchte. Stellt es euch am besten bildlich vor. Über euch sitzt ein Mann mit einer Angel. Und an dieser Angel ist euer Arm festgebunden. So, und wenn ich jetzt in diese Position gehe, ich starte mit meinem Aufschlag, gehe in diese Position und halte den Ball jetzt hier unten. Und jetzt kommt ja eigentlich der Ballwurf. Jetzt ist dieser Mann mit dieser Angel, mit der Leine, mit der Angelschnur an meinem Arm und möchte den Fisch jetzt nach oben ziehen, also den Fisch aus dem Wasser ziehen. Und das macht er mit einer ruckartigen Bewegung nach oben. Ihr seid hier, lasst den Arm jetzt stehen. Und jetzt geht ihr ruckartig nach oben mit dem gesamten Arm und baut jetzt auch hier eine schöne Vorspannung auf. Das müsst ihr euch vorstellen. Wenn ihr seid hier und jetzt geht es schnell nach oben, ja. Der Mann mit der Angel zieht den Fisch aus dem Wasser. Jetzt. Okay. Und jetzt. Und dann ist es für mich wichtig, dass ich am richtigen Moment hier den Punkt, den Ball freilasse. Und jetzt nochmal zu diesem Punkt. Wie lasse ich den Ball frei? Ich hatte es ja eben gerade gesagt, ich lasse ihn nicht einfach laufen über die Fingerkuppen, sondern jetzt ist es wichtig, ich hoffe, ihr seht es, dass ich, wenn ich jetzt den Ball freilassen möchte, ich alle Finger nach raus strecke. Also ich lasse den Ball frei durch das Rausstrecken der Finger. Dadurch bekommt der Ball letztendlich nur noch diesen Impuls nach oben und kann nicht mehr so stark nach links oder rechts abgeleitet werden. Kommen wir jetzt zum Üben des Ballwurfes. Welche Übungen kann ich euch zeigen? Welche Übungen sind sinnvoll? Also es gibt zum einen auch noch ein Video von mir. Das könnt ihr euch mal anschauen. Ich markiere euch jetzt mal hier oben. Das beinhaltet alle Übungen zum Thema Aufschlag. Nicht nur speziell für den Ballwurf. Und wenn euch das interessiert, schaut da am Ende nach diesem Video mal rein. Also wie kann ich das Ganze üben? Die Grundlagen habe ich euch gezeigt, worauf es ankommt. Und jetzt versuchen wir, diese Grundlagen umzusetzen. Und da gibt es natürlich die absolute Klassikerübung. Ich lege meinen Schläger mit der Schlägerspitze zum Fuß zeigend. Einmal auf den Boden und tue jetzt so, als ob ich in der rechten Hand einen Schläger halte und in der linken Hand eben den Ball zum Ballwurf. Und jetzt versuche ich, so wie ich es eben gerade besprochen habe, den Ball auf den Schläger zu werfen. Ich muss mir jetzt natürlich vorstellen, dass ich mir hoch genug werfe. Das ist ganz wichtig. Viele, die die Übung machen, machen dann den hier und sagen, haha, geschafft. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache, sondern wir haben ja besprochen, wie hoch der Aufschlag ungefähr sein, der Ballwurf ungefähr sein muss. Also werfe ich hoch genug und versuche, den Ball auf die Schlägerfläche zu treffen. Das ist eine sehr schwere Übung. Ihr seht schon, ich mache den Sport ja schon eine ganze Weile und treffe auch nicht immer. Und wenn ihr jetzt wirklich erstmal mit Anfängern startet oder wenn ihr Anfänger seid, macht euch vielleicht die Übung etwas einfacher, um ein Erfolgserlebnis eben halt auch zu erleben. Das wäre jetzt hier so eine Geschichte. Ihr versucht wie ein Zirkel euch eine gewisse Range zu bauen, also zu basteln. So, und jetzt habt ihr im Prinzip eine große Schlägerfläche vor euch. Und es ist ja nun mal auch so, ihr habt ja eben gerade gesehen, ich treffe auch nicht jeden Ballwurf Zentimeter genau da unten hin, sondern man hat eine gewisse Range, in der natürlich der Ballwurf immer auch mal wieder flexibel ankommt. Und das ist auch gar nicht schlimm, das werdet ihr alle haben, aber man sollte natürlich in einer gewissen Range bleiben. Der Trick mit diesem Radius ist schon ganz gut. Das heißt, hier probieren wir wieder hoch genug zu werfen und im Radius zu landen. Optimalerweise sogar noch ein bisschen vor der Linie. Kommen wir zu einer weiteren schönen Übung. Relativ simpel, ihr werft auch wieder den Ball natürlich hoch genug, das ist wichtig. Und lasst jetzt einfach euren linken Arm mal in der Luft stehen. Und dann sollt ihr es erreichen, dass ihr den Ball wieder, ohne dass ihr euch großartig bewegen müsst, wieder mit der linken Hand auffangt. Sieht so aus. Ich werfe den Ball hoch genug und der Ball fällt mir, ohne dass ich mich großartig jetzt bewegen muss, fällt er mir wieder in die linke Hand so rum. Noch eine Übung könnte zum Beispiel sein für Kinder. Ganz interessant, dass ihr versucht, ähnliche wie ihr es gerade mit dem Schläger gemacht habt, ihr nehmt ein Hütchen in die Hand, werft den Ball hoch genug und versucht dann, ohne dass ihr euch großartig bewegen müsst, den Ball bequem wieder mit dem Hütchen aufzufangen. Hiermit trainieren wir natürlich auch schon die Rotation nach hinten und das letztendliche Hochgehen zum Ball. Kann man wunderbar damit auch schon üben, aber diese Übung wird nicht klappen, wenn euer Ballwurf nicht passt. Wenn ich mir jetzt hier hinwerfe, kriege ich nicht mehr. Auch eine schöne Übung ist das hier. Ihr stellt euch einfach neben eine gerade Wand, in dem Fall jetzt hier der Zaun, stellt euch etwas schräg zum Zaun mit dem linken Fuß nach vorne und dann simuliert ihr hier euren Ballwurf parallel an der Wand hoch. Und jetzt soll es so sein, dass natürlich der Ball nicht über den Zaun geworfen wird, also immer bei euch bleibt und dort könnt ihr letztendlich auch das mit dem linken Arm machen, also mit dem linken Arm stehen lassen. Wenn ihr jetzt den Ball zu früh loslassen würdet, dann würde euch der Ball gegen den Zaun prallen und eben nicht mehr in eure Hand fallen. Wenn ihr den Ball jetzt zu weit hinten loslasst, dann müsst ihr den Schritt zur Seite gehen. Also hier auch nochmal schön, dort habt ihr dann entsprechend eine Wand und könnt hier an der Wand wunderbar hochwerfen. Relativ simpel, aber effektiv. So ihr Lieben, das war es eigentlich auch schon von meinem ersten Teil, Thema Ballwurf. Es geht weiter dann auch mit den Teil 2 und den Teil 3. Teil 2 die Griffhaltung und in Teil 3 beleuchtige ich mal, wie ihr mehr Power in den Aufschlag bekommt. Also wenn euch das Ding gefallen hat, dann könnt ihr mir gerne hier in den Comments schreiben und wir sehen uns beim nächsten Mal beim nächsten Teil, bei Teil 2, nämlich der Griffhaltung. Bis dahin, euer Martin.